Und ich bin Biotches Butterbloods von BHP Heute wieder mal zurück, hier bei Splatterblood Red Edition Und wir setzen die Geschichte fort an einem Punkt Wo wir vor einem großen, fetten Fahrzeug stehen Einsteigen werden und Ja, Sachen tun werden wahrscheinlich Oh, sieht gut aus hier Ich hab zwar keine Ahnung Ah, weiterfahren Weiterfahren, weiterfahren Ach nee, ich komm da Oder komm ich da durch? Ich weiß es nicht Muss ich mal schnell herausfinden Ob ich jetzt hier durchkomme Oh nein, das sind ja vier Frösche Kann ich da außen rumfahren? Ich weiß es nicht Wir finden sie raus Aber zwar allererst mal hier Schön sauber rüberfahren Jawohl, ihr könnt mich mal kreuzweise heute Heute könnt ihr mich mal so richtig sauber kreuzweise Ups Jetzt könnte ich mir Ganz leichter Kacke gebaut haben Hier Geh weg Alter Schwedermal Ist ja ein Ding Unzerstörbar Okay, ich komme Dummerweise nicht da rüber Da muss ich doch hier aussteigen Mal kurz da rüberfahren Genau, damit die ja alle noch Sommer reinfahren Dankeschön Naja, du Du kriegst auch noch deine Chance Jawohl Ach, jetzt holen sie weg Weil ich das Licht sehe Ja, tut mir leid für euch Rüber hier Nein War es nicht Okay Aber ich kann sogar schießen Solange ich drauf bin Na das ist geil Na bin dann schon so Bleib mir am Arsch Du Drecksau Einer lebt noch Danke Ich habe ein Geheimnis gefunden Das ist schön Egal Reimlich weitermachen Wie gehabt und wie gewohnt Denn jetzt wird es sauber Gefistet Metrischer Keine Ahnung wie man mit dem Fisten soll Interessiert mich nicht War ich da schon drin? Nein, da war ich noch gar nicht drin Scheiße Hallo Aha Noch ein Geheimnis Ein ganz offensichtliches Haus Wird von diesem Spiel Als ein Geheimnis gewertet Ja, obwohl ihr mich eigentlich Verkackereien hier So viel Spaß habe ich mit dem noch nicht Ja klar, ich kann über Zombies drüber fahren Das macht schon Spaß und Gaudi Aber sonst Sonst habe ich gar nichts großartiges damit gemacht Muss lange Ich kann keinen Baum damit kaputt fahren Oh Yes Yes Frescht Scheiße, ihr blöden Mistfrösche Yes Yes Du kommst mir hier nicht weg Du kommst mir hier nicht weg So Du gehst auch kacken, mein Freund Und hier war ich so froh, dass ich so viele Frösche auf Ammon gebracht habe Warum schieße ich? Warum schieße ich? Du wir thank VI Du gehst auch nicht weg Das fällt nicht weg Das Ding kann eh nicht draufgehen Mw Jetzt bin ich Numel mal gespannt an das hier drin läuft Jetzt wird's gert subs mein Freund ich habe sie gesehen ich habe Angst, dass sie irgendwo hat gerade irgendwas auf mich geschossen hat sie Mercury angehört einfach durch, einfach durch jawohl ein bisschen overpower ist die Situation jetzt aber schon hier jetzt habe ich mal den Wendepunkt verpasst ich finde es so toll dass das Kreuz schon gerade kommt wenn ich wenden muss ist das schön ist das schön, Massenmorg Massenmorg mit einem Farbsimulationsgerät das ist gut das ist so gut du kannst doch sauber sterben gehen guck mal kurz hier rein ah man kann nicht rein schon na gut dann fahren wir weiter kurz mal wenden hier sehr schön jetzt ist die Frage, hier lang wahrscheinlich jetzt ist die Frage, hier lang oder hier lang oh, falsch, verfahren hier lang geht's ah, ein schöner Tag für den Wochenende Spaß für die ganze Familie Daddy hat das Fahrzeug und alle anderen unter den Rücken Junge, du hast echt krasse Probleme das war unser Farbsimulationsprogramm nein ah, der mit 2 reicht der Kacknis nicht ok ok noch verwenden kann es nicht kommen jetzt jetzt muss ich uns kurz überlegen da da hier geblieben holy crap hier ist sonst nichts versteckt ich weiß gar nicht, was will ich eigentlich in der Stadt? ich muss das eigentlich erklären ich weiß, was gar nichts mit uns zu spielen weil sich alles nur um das töten von Zombies irgendwie aufbaut merkwürdig ist ich hoffe jetzt keine Lust eine große Waffe herzusehen die sind nur Zombies und nimmst die können mich mal alle Kreuzweiche die sind es nicht wert doch an die richtige Waffe zu sterben hi wie geht's? na klar hier schön hier geht's der Frau und der Kind ach, sie sind tot ach, du bist auch tot dann passt du alles schön schön wenn man da die Familie mit ins mit ins Berufsleben einbeziehen kann manche schaffen das nicht, manche haben da meistens Probleme dann gibt's Stress zu Hause dann kommt der erste Beziehungsstreit dann geht's richtig rund das kann denen hier nicht passieren gespeichert schön das heißt hier kommt was böses sieht zumindest böse aus naja hier kann ich eher ausweichen oh 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 her damit danke, danke schön fress feuern nega hab ich das gerade echt gesagt? schade schade so tief bin ich gestürzt in meinem Leben jesus au ich will nur sinnlose Munition hier verschwenden schade komische mitnehmen so naja die blöde Feuerkugeln kannst du dir mal in den Arsch reinstecken was ich nicht unbedingt empfehlen würde aber kannst du trotzdem stop wir haben vorher ins Gesicht gekriegt in Form einer nuklearen Explosion doch naja 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 immer schön langsam mit dem Pferden au das hat weh getan nur ein bisschen aber trotzdem ich sehe dich Ah, dich habe ich nie gesehen. Oh, jetzt aber weg. Ach Gott, dammit. Jetzt geht die Ballons auf den Sack. Ich will das hier jetzt mit der Pistole machen. Nix. Oh, shit. Hi? Oh nein, 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 nein. Das ist schön. Will nichts sagen, aber muss ich da jetzt schon einsteigen? Okay, ich steige ein. Gute gespeichert, okay. Ich wollte mich eigentlich noch mehr umschauen. Jetzt kommen wir allmählich zum Twist. Alles ist geplant. Ich wollte mich da nur rumsehen. Goddammit. Oh, oh. Holy shit. Kacke. Kacke. Kacke am Riemen. Das kommt von ein Alltagsweizzeug. Das willst du nicht haben. Verstehe. Nicht jetzt. No, certainly not an accident. Oh, oh. Oh, oh. Und ich sollte sie vielleicht die Hände nie aufwärmen. Den muss acht. Ah, nein 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 nein. Holy, du ble. Das ist的是rotik. Pfft. Oh. HOLY SHIT Ok Schade! Okay. Problem geniast. Soll das. Es kommt ... OOOOOO! Aber ehrlich, wahr? Und jetzt? Ah ok, ich kann die Dinger anscheinend zerstören. Gut. Vielleicht wäre das nicht allzu doof, erstmal den hier anzusetzen. Ok. Thema geklärt. Sind wir jetzt ja nicht fertig hier? Das ist mehr als ein kleines Hostel. Oh shit. Es ist noch nicht vorbei. Was ist das? Das war ein äußerst ungutes Gefühl. What the fuck? What the... What the fuck? The king of worms. The thing is hideous. Oh shit! What the fuck is this crap? The fuck is this crap? Holy shit! My balls! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Ding hat Zombies rauskotzen! The fuck is wrong with this shit? Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Au, au! Feuer! Das sollte weh tun! Dammit, das tat sich wirklich weh. Ach, kacke, die Viecher verfolgen mich jetzt. Oh nein. Oh! Oh Gott, dammit. Okay, das ist die perfekte Situation, wo ich ihn angreifen kann. Ich muss auf die andere Seite kommen. Oh, oh. Jetzt ein Meer, langsam auf die Eier hier. Feuer! Das ist schlecht, ich brauch die andere Seite. Ach, der saugt die scheiß Viecher ein? Einer? Ehrlich? So schwach sind wir schon besetzt? Hallo! Mist, da war mein Zeitfenster! Yes! Gekackt, mein Freund! Tanzu, oi! Irgendwas Schlimmes passiert gerade mit ihm. Oh mein! Holy shit! Der lebt schon wieder! Jetzt hat er's im Maul! Echt gut! Tanzu, gar nicht gut! Wir haben da nicht mehr! Entschuldigung! Meul! Wenn die Bezug auf den Reifern nicht so gut ist, wenn ihr hier, wer es schossen wird! Ufff! 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 Viel Spaß beim Mitten! Gibt's was auf die Fresse? Okay, ich merke schon auf! Ach so! Oh mein Gott! Ja, ich will nicht Falsches sagen, aber mir geht dann ein bisschen so die Luft aus. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Das hat sogar weh getan! Oh ja, jetzt kriegt er viele! Jetzt kriegt er ganz schön viele ab! Holy Crap! Jetzt will er es allmählich wissen! Zurück! Jetzt aber! Yes! Es ist unglaublich, wie Dinge hier leben! Oder besser, leben! Uff! Dieser Zug sieht absurd und scheiße aus! Okay, dann werden wir vielmals! Und so habe ich gewusst, dass es eine Planungsentitie im Hintergrund gab. Jetzt zerbrechst seine Maske und öffnend schießt seine Truppen gegen mich. Oh ja! But yet! I'm standing! Warum machen wir das alles nochmal? Warum sind wir hier? Ich habe echt den Drang verloren, warum? Warum haben wir keine Füße in der Scheiße? Ich habe keine Ahnung. Also Chairman, danke schön, dass ihr da seid bei diesem Part! Ich hoffe, ihr hat euch sehr gefallen! Und ich hoffe, ihr wollt noch mehr sehen! Ich weiß nicht, ich glaube, es geht aber nicht zu Ende hier mit diesem Spiel! Also, bei mir schon riesige fette Maden? Zug geworfen? Keine... Ich hinterfrag's jetzt gar nicht! Wenn wir schon richtig fette Würmer und so eine Scheiße hinzugeschossen kriegen, dann lösen wir meinen! Dann ist der Titel des Wahnsinns erreicht! Was wird uns in der nächsten Partie warten? Ich weiß es nicht, wir werden es erleben! Habt noch viel Spaß auf Youtube und neue Pornobeluts verabschieden sich von euch mit vor allem geboten! Wirklich!